Ohhhh........... Aus für die Bestzeit. Durchschnitt abgewachsen. Da sieht man, was auf dem großen Boden geflogen ist. Irgendwie gesagt, es ist ein Lärm. Müssen wir ihn nachher mal fragen. Basti, geh doch schon mal Richtung Börderer. Schau dir mal an, woran es gelegen hat. Haben wir Probleme mit dem Wind? Börderer 55.470 Sekunden. No penalty. Das holt ihr an 8 Sekunden. Ein Lärm. Ein Lärm.